Ich nenne ihn, ähm, Manfred. Oh, Manfred der Zombie. Oh. Manfred, sterben. Naja, er ist abgehauen, ich finde ihn nicht mehr. Doch, da ist er, Manfred ist wieder da. Manfred! Manfred, möchtest du? Oh, es war. So, Leute, da sind wir wieder bei Minecraft Morituri und wir kennen uns. Kriegen, unseren neuen Lava einmal. Genau. Jetzt gleich gleich Porto. Oh! Oh, hat sich erledigt. Was, das ist wieder da. Äh, okay, meine Lava ist wieder da. Yeah. Ja, guck, du hast doch gesagt, wir kriegen jetzt so ein. Ja, ist, ist, ist der Support. Ja, ist wieder da. Warte, ich guck mal, 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 ich guck mal. Und ich kann setzen. Ja, ich auch. THX. Yay. Ja, äh, der hat das jetzt gerichtet, dass wir jetzt Lava setzen können. Yay. Okay, und heute ist es... Ich will auch ein Herzchen schreiben. So. So, was ist heute? Äh, ich würde mal sagen, so anfangen, einen kleinen physikalischen Test. Ich werde hier abgetrieben, gleich Knochenmehl auf dem Baum. Ach ja, genau. Ganz kurz, ganz kurz noch warten. Bäm, 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 bäm. Yay. Ja, es funktioniert. Okay, das ist schön. Mal schauen. Also in der letzten Folge haben wir auch die... Warte, wir noch nicht abbauen. In der letzten Folge haben wir auch die erst gefunden, Leute. Oh, yeah. Und jetzt können wir hier Äpfel holen. Ich mach mal einen Spitzacken zusammen zu einer. Okay, dann manchmal weiter, ne? Ja, und ich baue hier noch, äh, ein Block, alles höher aus. Mach das. Boah, ist voll toll, auf dem Baum zu stehen. Äh, Timer hast du gestellt? Ja. Keine Angst, ich mach sowas. Ich hab hier nicht einen anderen Namen. Ja, ich... Wehe, Mike? Nö, keine Ahnung. Ich geh mal gerade hier in die Höhle und hab die Spinning getötet. Okay. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt in der Höhle da. Äh, in welcher jetzt genau? Über unserem Plateau, Alter. Okay, wenn du gleich noch... Du kannst ja weiter strip meinen. Jo, wenn du noch ein bisschen Cola hast, dann tu die in die Kiste. Ich muss mir nämlich gleich neue Fackeln. Ey, ich hab genau null Kohle noch. Null Kohle, oh. Ey, kannst du vielleicht einen neuen Baum hinspflanzen? Dias! Ja, echt jetzt? Ja. Eins, zwei... Du kriegst den Erfolg. Und ne Spinne und das Skelett und... Okay, du musst certifiert, glaub, auch reinkommen. Es lohnt sich. Ich komme gleich. Wie geil, Junge! Ja, das sind die Schwerter. Ja, gut, dann können wir uns gleich, äh, warte mal, für drei. Einen haben wir noch. Ja, reicht leider nicht ganz für eine Spitzhacke. Oh, ich bin hier beim Bedrock. Reicht leider nicht ganz für eine Spitzhacke. Ja. Äh, dann baue ich mal hier eine Treppe hoch. Ja, geil. Ja, haben wir schon mal beide Diaschwerter. Ja. Nice. Warte, ich komme. Warte, 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 warte. Halt nur auf nur, ähm, als alles ausgehöhlt schon. So eine Riesen. Okay. Ich mache mir direkt mein Diaschwert. Jo, mach das. Äh, ich brauche das. Ich brauche das Redstone dabei. Trinkt Erfahrung, also. Hast du schon neue Setzling gesetzt? Nope. Äh, nee, ich war noch nicht da. Ich habe jetzt. Also das Redstone, ich werfe das wieder hier rein, weil wir brauchen es nicht, aber die Erfahrung, die hat ja abgezählt. Ja. Okay, dann mache ich mir mal kurz neue Fackeln. Äh, die Setzlinge von den, äh, Spinnaugen brauchen wir nicht mehr, oder? Geil für Gifttränke. Ah ja, falls wir mal dazu kommen zu braun. Mhm. Äh, ich tue hier einfach mal die ganze Kohle rein. Jetzt kann mir eh keiner auf den Server, außer ein bisschen was. Ah, Sicherheitskohle halt noch. Neue Fackeln. Perfekt. So geil. Genau, ich mache mir natürlich genau so viel, dass ich 65 habe. Oh. Wie du Alter, du bist auf dem Baum rumhuckst. Äh, ich gehe mal hier runter, da oben. Ne, ne, ich meine hier weiter. Willst du schon weiter meinen? Ja, 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 natürlich. Wir brauchen die, das ist ganz viele. Ja, ich meine ja nur, wir haben nur zwei. Ja, nur weil bei dir es schwer da ist, heißt das ja nicht, dass wir aufhören zu meinen. Ne, das ist halt perfekt auf der perfekten Ebene. Ja, dann mach du da oben weiter, ich mach hier weiter. Ja. Ich hab ne Höhle. Und du musst dich durchbauen. Ja, ist doch egal. Können wir aus zwei verschiedenen, ich sag jetzt mal sichten. Ja, aber, höre ich, wir nehmen auf. Ja, ist ja nicht so wild. Also, naja, passt. Ja, also ich will hier erst wieder rausgehen, wenn ich nen Zaubertisch noch habe und voller Diarrüstung. Volle. Oh ja, oder wenn wir kein Essen mehr haben. Ich weiß, Leute, das ist langweilig, aber... Das muss halt sein, wir wollen gewinnen. Und dafür, und wir kriegen, fürs Gewinn kriegen wir ja, ne, Kartoffel. Richtig, oder Keks, ich weiß es nicht genau. Oder beide? Dias! Oh mein Gott, vier Stück. Okay, hier hab ich ein bisschen Lava gefunden, aber da war jetzt... Wie geil, ich sag doch, das lohnt sich. Ja gut, dann können wir jetzt nen Zaubertisch machen, ne? Ja, ich farm hier mal weiter. Ja gut, dann machen wir dir Spitzack und... Oh, Mann, oh. Dann mach... Äh, ja, dann komm ich mal doch mal mit zu dir. Ja. Dann mach eine Dir Spitzack und baust du mal Obsidian ab. Vier Stück brauchen wir. Ähm... Mach mal das einfach nach, oder? Ähm, wo genau bist du jetzt? Ähm, ich lauf dir entgegen. Lauf auf jeden Fall links den Weg runter. Also oben die Treppe hoch, nach oben. Welche Treppe? Die ich da gebaut hab. Hast du die Treppe gebaut? Ja. Ach, da, ach so, die Erdtreppe. Ja, ach so, okay. Das ist nicht nur aus Erde. Äh, die Pfeile hast du ja bekommen, die ich dir gegeben hab, oder? Ja, ich hab aber immer noch keinen Bogen. Die erste, ach so, deswegen hast du die in die Kiste gepackt, okay? Nö, ich hab meine Pfeile noch. Hast du die Erdtreppe gemacht? Nein. Warum? Das können wir noch später machen. Nein, du... Ich hab Angst, dass ich's verliere habe. Naja, dann gib mir die Spitzacke. Ich hab keine Erdtreppe. Ja, dann geh und mach sie. Und hier ist sogar Obsidian, dann können wir uns gleich abbauen. Ja. Dann baue ich sie ab und wo kann ich weiter erforschen. Okay, uh, das ist aber wirklich eine tolle Höhle, hier hast du recht. Und mal schauen, wie viel Diamanten wir jetzt übrig haben noch. Wir haben genau drei noch übrig. Ja, dann können wir sogar noch einen Zaubertisch halt von machen, ne? Ja. Und dann haben wir sogar noch einen. Ich mach mal das Wasser da weg, das stört ein bisschen. Ach, ich weiß, wo du bist. Ich arbeite mich hier kurz mit dem Wasser ein bisschen nach... Loll. Nach vorne. Ja, wieso? Wieso geht denn das nicht? Das Wasser hat irgendwie keinen Bock zu fließen, siehst du? Warte. Setz'n Stein, ich setz'n dran. Nee, ey, setz'n... Okay, geht ja auch. Guck, guck mal, ist das... Ja, 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 ja. Keine Ahnung, das ist... Gut, dann müssen wir das eben altmodisch rüberbauen. Bei mir auch nicht. Warte. Guck mal! Was? Wie dumm. Was ist denn das? In welcher Dimension wohnen wir hier, bitte? Ey, da ist übrigens Kohle. Ja, ich... Dann baue ab. Ey, ich baue jetzt hier... Wie viel Optikiam braucht man? Vier. Vier. Vier, ja. 1, 2, 3, 4, ja. Oh, das braucht ewig. Ich hatte mal solche Bugs, da ging wirklichха-haha-haha-haha-haha-haha-haha-ruck weg. Also auch mit dem Värm universal café, oder? Ja. Ich hab' schon zwei. Okay, schön. Ja, geil. Wir haben sogar Zugarrohr und... Leder haben wir auch noch ein bisschen, oder? dann können wir schon mal verzaubern junge denkt das in folge vier sind wir oder ja ja folge vier müsste das sein ja das folge vier ich habe schon genau vier verstehe ich habe hier ob sie ja hey was das hier für riesige gänge sind ist das nice wir können uns auch so drüber schwimmen nein lassen wir doch nicht ich gehe hier ab und wird so und der mordi der spitzak ist so angenehm aber ich sollte das sagen los geht ja ich gibt es ob er dir okay wenn du schneller abbauen kannst du nimmst auf ist gut noch mehr knochen und feine dann nimm du mal als spitzakir ich habe eine ach so ja nimmst du noch eine jetzt habe ich zweihalb kaputte hier oben ist redstone und eisen bau ab nehmt mal deine spitzakir weisen geschenk war ja ich habe gerade einfach so ein pfeil abgeschossen so aus versehen was wir geiler tun ist hier geht es noch mehr weiter mit laber alt ist so ein riesen lavasee zaubertisch werden ja noch mal gleich noch machen machen und hätten es doch gold habe ich gerade gesehen glauben er der lager ist die urlaub ist dazu da braucht man nicht mehr so und alle das lösen abgaben wir sind ja leider nicht eins sieben acht obwohl leider mehr na die für leider und ein bisschen ist gut und schlecht würde ich noch sorgen noch mehr redstone wie lange haben wir doch ähm warte ich kann gleich schauen wir haben noch sechs minuten ok jetzt reicht also fünf minuten bis 15 nicht ich stelle mein timer immer auf 16 bei ihm 18 kronen maximal ok und da hinten ist noch mehr redstone also ist dann gibt es eine höhle weiter dachte am anfang sind diamanten weil es einfach ein lichtback ist als dann einfach so blau aussieht ja das war jetzt sehr dumm die abzubauen ach egal mx level bist du eigentlich 16 das heißt wir können ja ich bin level 20 oh ja aber pack auf keinen fall das schwert einfach in den zauberstück weil das schwert muss man auf jeden fall mit büchern verzaubern ja schärfebuch alter also ich bin so geil ich bin bonze schärfebuch kriegt man mit level 1 verzauberung 99 prozent ich bin so eine bonze ich bin jetzt heißen um mich über lava zu bauen äh wie jetzt ich habe auch so sind die ungeschmolzen eisenblöcke ja ne das ist eben cool wir brauchen immer noch unsere hohe ja ja es war auch nur eins bis ich es gemerkt habe da hinten steht ein zombie hallo zombie ich mag das zombie darf es adoptieren ja ich bin hier gerade in der sehr gefährlichen situation adoptieren später hallo da war das gold das ich gesehen habe euch nennen ihn ähm manfred oh manfred der zombie oh manfred sterben naja er hat es abgehauen ich finde ihn nicht mehr doch da ist er manfred ist wieder da manfred 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 möchtest du mit uns oh smaragde oh brauchen wir zwar nicht aber ok doch könnte man gebrauchen ist man Hackblöcke zum kämpfen ok mal gucken ob das Wasser wieder funktioniert oder für ein bieten alt wie geil es wäre wenn wir ins Endportal gehen würden äh darf man nicht ist mir egal End ist leider verboten aber ich war im normalen Single Player dann gehen wir zum Widder da macht man Widder äh zu Boss das dann nicht in den Regeln verboten ist oh das benutzen wir als Kampf Alter wie geil es wäre einfach mal so ein Widder aber wenn man die Wizzerköpfe herkriegen ach ja aus dem Netter ja stimmt und nett aus dem End BAM ok hier geht die normale Höhle weiter hier ist kein normale Höhle ja also haltet nicht mehr auf die Höhle ich komme gleich wieder zurück und dann machen wir Zaubert ach so wir sind gerade üb du hast ja geschrieben dass wir aufnehmen ne ja gut sonst wäre ja auch nicht drauf gekommen der Supporter stimmt ah fuck äh Manfred ok da hinten geht es noch weiter theoretisch aber ich bin wieder am Anfang da ist Manfred mit einer Spinne oh die Spinne braucht man ja ich gehe einfach mal hin und äh ich muss mich dazu zwei über den See bauen ah ich sehe dich ach hier genug ok du kannst ja Manfred töten wenn du willst da nein ich will adoptieren Manfred ja dann na geh weg geh weg geh weg Manfred pass auf da ist ne Spinne nein Manfred stirbt Manfred ist dumm ja dumm 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 manfred und ich habe den Bogen oh Bogen? also wenn ich den Quart weißt du musst du ein Faden? oh da habe ich es ja und mir hat nur ein Faden für den Bogen gefehlt jetzt noch ach so ja und hier ist noch ein bisschen Eisen und heißen war auch übersehen ja ja so ok dann gehen wir jetzt zurück und ich mache ich weiß wo es raus geht mal so ja ich hier geht's raus nein das hast du ja auch übersehen verzauberung geil das schon in folge vier junge wir sind so alter wir werden jetzt so überbaut sein eigentlich könnte man jetzt losziehen und suchen wo andere sein Anni es ist noch ein an einem auch ein Skilett 1 8 Euro was noch mal das er einfach den Weg entlang okay gibt es keine Abzeugungen mehr hier rechts rechts okay ich pack kurz zurück in den Ofen ich brauchte müssen die Kohle ach das noch ein bisschen ich habe hier für sich für dich wir brauchen ein Blas ja können wir uns ja kraften wir haben noch Leder oder haben wir noch Leder du hast doch Leder ne ich hab keinen Leder du hast doch gesagt du hast noch Leder ich sag ich dachte du hast das Leder nein nein wir haben keinen Leder mehr keine Bücher oh fuck oh nein ich möchte eigentlich nicht meinen hier schwert einfach so rein tun das ist mir zu äh ich hab keinen Bock dass da bann oder so rauskommt wie ja bann das ist gegen Zombies ey wir brauchten auch ein Buch zum äh für den Verzauberungstisch stimmt oh man ooooh und nur zwei heißt das wir gehen nochmal an die Oberfläche und suchen uns eine neue Mine und töten erstmal noch kurz ein paar Kühe ja wir werden Kühe finden ey wo wir haben die ganze Lederrüstung gemacht ja hätten wir es mal doch nicht gemacht ich wollte halt auch nur mal sicher gehen und falls uns jemand angreift dass wir dann Rüstung haben deswegen aber guck mal was ich dafür ja voll iron ach so ein Bogen ja hey voll iron nein ich hab ne Hose ja wir haben jetzt genug Eisen um uns das zu machen na hier Lederhose hey ich bin Bayern ja okay aber Zuckerrohr ist ein bisschen gewachsen das ist immerhin schon mal etwas was auch toll ist du wirst dich gleich wundern der Baum ist nicht gewachsen okay aber das ist jetzt ein bisschen schade aber okay dann machen wir das so dann gehen wir nach oben töten ein paar Kühe oder Pferde oder was auch immer Leder bringt äh Kühe und Pferde ja genau und wir machen die jetzt oder ähm er ist hier in Art gibt es auch noch mal und ich mache dies noch ein Goldapfel okay genau und dann äh suchen wir zur Neu Mine und machen uns erst mal ein Zaubertisch mit ein paar Verzauberungen okay hier ist ja auch wir nehmen wir den anderen Goldapfel aus der Kiste Goldapfel äh wenn die drei Diamanten dann haben die Band ja dann ähm der Teil muss doch nicht um übrigens wir haben nämlich noch 3 2 1 und einmal ist weg nun gut also ist haben noch so ein dann gibt mir mal die Dias warte wenn wir das Schild von der Kiste wegnehmen dann können die Leute da reingucken ja das heißt dann können wir so neue Kiste sichern ja ja gut dann können wir da unseren Trash reintun zombie vielleicht nehmen wir mal mit manche Leute haben ja kein Essen ja mach am besten alles Holz zu kochen nehme ich mit immer alles auch mach das ganze Holz was du hast du Sticks denn wir brauchen nie wieder ganzes Holz äh ja könnte man schon noch manchmal gebrauchen äh ich ich hab so viele Sticks ich hab 3 64er Sticks das muss eigentlich reichen okay dann du hast ein Schild und das ganze Holz dazu können wir keine andere Kiste mehr machen äh oh stimmt Holz zum Kisten bauen ach wir nehmen die Kiste einfach mit und lassen den Trash hier liegen ja die Eisenschwerter ja die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr das nehmen wir noch mit ne komm mach mal einfach äh okay lassen wir uns erstmal alles hier im Inventar ja die in der Zeit wo wir gleich neu aufnehmen äh ist dann gleich das Ofen die Zeug ja auch fertig ja und dann wisst ihr ja was wir in den nächsten Folgen machen werden hast du deinen Goldapfel? ja gut hast du dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.